Alter! Junge, ist das für ein brutales Game! Wir haben nur die Augen ausgesaugt! Holy shit! Wohin? Keine Ahnung, Schule? Achso! Voodoo! Wohin? Wohin? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allen Dingen. Ja, ich glaube so. Wohin, wir finden sie! Du solltest wissen! Wohin? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Plus, alles sieht anders aus. Ja! Alles klar? Jetzt ist sie wieder tot. Ich hab wieder fast reingepackt. Ja, ich wollte spät abspringen. Ja, das war ein Fehler. Die Speedrun-Community hat bestimmt auch die krasseste, krasseste Movement oder so. Übel! Das ist Rose! 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 Sie können uns nicht hören. Oh nein. Deine Holzfingern da. Ich schmeiß dich. Ich habe mich eigentlich eine Büroklammer im Rücken. Weiß ich nicht. Wer war es? Ich weiß nicht. Hier! Schau! Ich weiß den Weg! Ist das ein Hammer? Scheiße! Das ist ein Hammer-Kopf! Das ist ein Hammer-Kopf! Scheiße! Ich höre, wie ich mich höre. Der hat nur seinen Stab verloren. Wir sind echt stark. Habe ich den jetzt einfach... Hä? Wow. Was? Dicke sind das unsere Waffen jetzt? Ja. Geil, du hast ein fucking... Das ist deine Muni. Hey, wie cool. Aim, Junge. Ich darf schießen. Ja, das ist eh kein Aim. Okay, don't drop that hammer on my toe. Sorry, I know how to hammer you. Oh yeah, for me too. Last time you used the hammer, it smashed your own thumb. Yeah, well... Okay, jetzt finde ich es nicht gut, dass wir uns gegenseitig... Okay, you came. Finde ich auch kiritos. This is so satisfying. Da, die Spraydose. Guck sie dir an. Oh. Oh, jung. Oh. Da, hier, hammer, da mal das rein. Hilfe! Ups. Ah, okay, ich verstehe es. Achso, okay. Ah, okay, nee. Mach nochmal. Du hast den festgenagelt. Hm. Schlau. Boah. So viel zum Thema, es ist ein Spiel, wo man zu zweit so richtig so... Ich bin kacke. Weiß ich schon. Scheißdreck, Alter. Ah. Okay. Ich muss auf dich warten. Guck mal. Kannst du an mich ran? Habe ich gerade probiert, aber irgendwie... Na klar. Was für scheiße. Oh, danke, Hammer. Nicht abgeworfen. Äh, schieß mal die Nägel hierhin. Oder einen. Ich hab nur einen. Okay. I wish I had more. Nice. Muss mir da nochmal eine hinschießen. Ah. Ich hab überall, wo gelb ist. Double jump hat funktioniert. Gib mir high vor. Was? Das ist echt... Ist ja eigentlich zu blöd, ihr habt halt die Hände zugestalten, so. Äh, yoohoo. Still over here. Hello. The bridge, please. No. New nail received. For ammunition. Ah, das hat gerade einen zweiten Nagel gedrobt. Go easy on me. Nice. Dig was zur Hölle. Ähm. Ah. Okay. Ja, ja. Mach doch mal. Ja. Gehen die ein bisschen höher jetzt? Okay. Das ist wahrscheinlich... Das ist auch nicht das beurte... Äh, also ich bin selber... Ich weiß ihn nicht. Vielleicht wenn du öfter draufschlagen kannst. Ne, das ist ja auch unten gegangen. Oh, Nagel kommt zurück. Geil dich. Oh, geil. Oh, wie cool. Und das ist auch mit den Nageln? Wir können keine Stammverzacke auch drauf machen, weil wir mit den Hängen gehen, das irgendwie nicht. Und das ist auch mit den Händen, das ist auch mit den Händen. Und das ist auch mit den Händen. Und das ist auch mit den Händen. Und das ist auch mit den Händen. Wir sind so richtig dann einfach. Wir haben gar keinen Bock mehr. Wack a mole, oder? Oder wack einfach dir dein Leben. Ach. Und schau, wie ich's machen. Du hast gar keinen Trillenbügel hier in der Mitte. Wack a Cody. Ach, halt wirklich. Oh, leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh, you won't beat me. I'm faster than a mole. My hammer's faster than that. Was? Hilfe, Spiel, oh Gott. Hä, was muss ich denn tun? Du musst raus! Muss ich irgendwas noch tun? Ich hab keine Ahnung. Ich, 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 wait, wait, wait. Muss ich irgendwas drücken? Score by staying up, avoid getting hit. Wie soll ich denn upstaynen? Hä? Du musst länger raus, dann kriegst du, glaube ich, Points. Und ich halt, wenn ich dich hitte. Weil du bist immer nur so... Ja. Scheiße, Alter. Ja, ich hatte ja null Chance, dich zu hitten. Ja. Ich verstehe, ist okay. Ja. In dein Arsch. Aua. Was? Warum krieg ich keine Punkte mehr? Boah. Alter, das ist assi. Übel. Scheiße. Alter. Brown Swan, ja, soll mir recht sein. Okay. Scheiße, wenn es sowas jetzt... Wenn es sowas jetzt öfter gibt... Das gibt mir richtige... Way out, weil... Das wollte ich gerade auch wieder sagen, wie denkst du? Ja. Das, was ich hier machen? Zack. Schade. So ein Assi, ey. Ja, jetzt ist sie wieder hier. Ja. Ich müsste wieder einen nageln. Ich gucke mich derzeit ein bisschen hier unten um. Oh, shit. Oh, shit. Egal, da steht... Das ist doch die Taste vom... Das ist doch Viereck. Gut. Ich muss hier wieder was nageln. Wahrscheinlich, wenn du es hochschlägst. Ah, ja. Da ist noch eine Maschine in der Weg hier, Cody. Ah. Oh. Mach nochmal. Schau an ihn fliehen! Ah. Boom. So. Ach nee, ich muss zu dir. Ja, scheiße. Ja, scheiße. Scheiße. Jetzt weiß ich ja, dass ich zurückrufen kann. Schau auf an, ey. Na, hey, die gehen ja nicht runter. Nicht wieder. Och. Digga, ist das hier schon wieder für ein Spiel? Was? Was? Was ist denn das Ding? Ah, okay. Was muss ich machen? Oh, Cody! Over here! Ach, nein, Digga. Was ist denn das? Oh, Gott. Wer schneller ist. Oh, mein Gott. Ich komme noch nicht so aufs Aim-Klammer, ob ich versuch's. Ja, ja. Meine Nails sind besser als deine Hand. Du wünschst. Just you watch. Ich dachte, wir wollen unsere Ehe retten. Ja, deswegen heißt es nicht mehr auf die Wurst. Oh, danach hast du uns ja noch mehr. Boah, du kleiner Wichser, ey. Okay, okay, cool. Alter, das Problem ist ja schon fertig. Assi. Warum dreht die sich? Und geh weg, du Wichser! Oh, Mann, ey. Okay, das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher für mich sogar. Ich dachte, das wird schwer, aber ich kriege die Nagle automatisch zurück. Kann ich auch dich nageln? Digga, wieso biegt sich mein Nagel? Hast du es gesehen? Was hast du mich gefragt? Siehst du, wieso sich mein Nagel biegt? Ich glaube, die sind auch alive. Ja. Ja, sonst würden die ja nicht zurückfliegen. Ey! Ja! Oh, die bewegt sich immer so. Ich sehe halt auch schneller. Oder hast du auch die gleiche Perspektive? Ja. Komm, Alter! Ich fände es geil, da steht immer dabei die Wurst bei diesen Games. Ja. Ich stehe mal an, da brauchst du einen Nagel. Äh. Okay, lass mich das kurz analysieren hier. Nennen wir meinen. So, das kann ich auf jeden Fall freinageln. Alter, was ist das hier? Ah, okay, ich verstehe es, ich verstehe es. Echt? Das hat jetzt durch die kurze Sequenz... Okay. Ja. Oh, okay. Und dann hier rüber. Ich suche dann hier rüber. Okay. Okay, ja. So, ich dachte, du musst mich jetzt wieder überschießen. Ach so, aber... Oh, okay. Warte mal, wo bin ich denn? Ich hänge da ein bisschen fest. Was? Okay. Okay, da unten geht es noch weiter. Hä? Hä? Scheiße! Nein! Nice one! Boah, warum muss ich das eigentlich machen? Warte kurz, warte kurz. Ich kann auch wieder nur einen zurückkommen. Okay, da wird richtig kacke platziert. Okay, warte. So, das müsste passen. Oh, oh, oh. Vielleicht in die... Ja. Eigentlich schon, ja. Pass auf. Okay, okay. Oh, oh, oh. Nice. Hero Slide. Weiß ich jetzt nicht. Ich bin so ein bisschen der Funny. Ich bin einfach der Witzigere. Du bist doch sehr genau von mir. Deswegen nachden wir uns auch. Ja. Was ich dir gebe. Oh, der hat so richtig einen Nagel. So, was ist hier der Plan? Achso, okay. Ich muss mich jetzt gleich beeilen und hoffen, dass du mich dann hochschießt. Oh, Gott. Tja. Sagst du nix, ne? Ne. Ja, ich aber leider. Was ist denn da? Ich falle in meinen Brot. Oh, warum immer diese Scheiß? Seitdem jetzt fliegst du mich. Okay, warte. Warte, warte, warte. Du sollst warten. Nein. Nein. Ja, aber ich muss dann das eine Super Mario Level. So hochhüpfen? Hm, fast. Ne. Ah, okay, ne? Ja, ne, ich hab das verkackert. Ah, ja. My bad. Ich hab's so im Griff, Junge. Ich bin einfach der Nagelsmann. Ja, komm rein. Perfekt, danke. Yeah. Okay, wir sind drauf auf der creepy Toolbox. So, mit meinen Nägeln und deinem Hammer können wir da ganz einfach rein. Oder wir pränzen einfach auch. Ja, der ist jetzt der Nächste, der auf dem Sauer ist. Denk so, was kommt. Was will er machen, hä? Das wird... Weiß ich nicht Tools abwerfen? Ja, mit den 25 Nägeln, die da in der Wand stecken. Ja. Ja, nett. Nein, das ist wirklich ein Brauch. Oh! Denk so. Oh, da fliegt was. Ah, wir müssen hinterherrennen. Ach so. Alter, was? Yo. Total, ey. Ja. Okay, aber immerhin sieht man. Ach, so sieht das aus. Ich bin noch nie gestorben. Nee, das ist schon mein drittes Mal jetzt. Schade. Ich wollte gerade noch sagen, man sieht, wo die Nägel sind. Alter, was? Ich hab's nicht im Griff gehört. Sorry. Ist okay. Ich carry uns einfach mies weg. Ich muss hier wieder warten. Da bist du erst. Ja, ich bin einmal runtergefallen, weil ich nicht gedacht hab, dass... Das ist das Ding. So. Ey, alles gut, wollte ich nicht daschen. Die Nägel machen übrigens Half-Life. Deswegen war ich eben nach 2 Uhr tot. Oh, ich seh's nicht. Das ist mir wieder eisig. Das ist die ganze Zeit getreffend. Getreffen. Ah, ja. Weißt du, was das war? Ja, ich weiß, was das war. Oh, no. An was, was bin ich gestorben? Ich weiß nicht mehr mehr. Ach, Digga. Ich weiß nicht mehr, was ich gestorben bin, weil da bin ich auf jeden Fall drüber. Aber alles klar. Hä? Ich hab auch direkt Karma bekommen. Das macht gar keinen Sinn. Ich wollte dich grad abwerfen, Digga. Inszen. Okay, warte, du musst irgendwie Sachen machen. Hinter muss ich. Warte, ich fang ja fast verrein. Okay, warte. Mäßig. Mach nochmal weg, ich mach den nochmal. Neh, mich so. Okay. Wenn du das so sagst. Und jetzt? Und jetzt? Komm ich rüber. Oh. Du machst einfach den. Du machst einfach den weg. Ja, du hast das Ding weg. Ich hab Panik, weil die ganze Zeit Nägel hier rumfliegen. Ich wünsch halt einfach mal. Hab ich. Meine Kotze gleich. Ja. Hä? Mach doch einen Double Jump. Ich hasse eigentlich schon. Hey, watch those Nails! Ich werde dir irgendwie helfen. Watch those Nails, die schon drinstecken. Au, sorry. Die wird in den Rücken gestochen, wie einfach in den Bauch. Ja. Ja, das ist knapp. Oh. Ah, okay, ich verstehe es. Ja. Oh, dieser rote Rand, ne? Der triggert mich voll. Ich stehe hell. Wie oft kann man nicht in Intex zu sterben? Achtung, da kommt ein dicker Nagel von ihm. Ja, guck. Ja, guck, okay. Okay, Dick, auf einmal Hände und, äh, Beine. Ne, na, aber meins. Keine. Wie viele Boste, okay. So haben wir sogar mehr als nur. Ja, das ist klar, wo ich das denn gebrochen habe. Oh. Da, schwing dich. Ja, hier, muss ich machen. Ne, du hättest dann mit seinem Arm schwingen müssen. Da war aber auch was Gelbes. Ah, weil ich ihn festnageln muss. Okay, sorry. Ja, dann war es mal. Festnageln. Okay, das ist aber easy. Wenn man weiß. Also, wenn man es jetzt mittlerweile braucht. Alter. Boah. Ach, geil, Digga. Ich werde echt bestraft durch das AIM teilweise. Ich habe es nicht so im Griff oft. Mach ihn weg. Okay, nice. Digga, der hat gesagt, you're going down for this. Ist ein Schaufel. Ich wurde mal geschaufelt. Ich denke, ich dachte, der hat aber eine Knappe gezogen, Junge. Es ist auch eine Knappe. Es ist, glaube ich, ein Nailgun, oder? Okay, der Psychopath. Ist du auch so. Die wird auch weggeschmissen. Ja. Was? Ja, genau, Alter. Fallgeist. Das kenne ich von Fallgeist. Du nicht, ne? Hä? Noch? So, genau. Oh, ich glaube, ich hätte ihn... Okay, ich habe gerade auf seinen Arm geguckt. Ich hätte ihn, glaube ich, nageln müssen wieder. Ah, ne, oder? Jetzt. Jetzt, glaube ich. Oh! Bam! Okay, da hängt schon einer. Zack! Mach ihn weg! Mach ihn weg! Treff am besten! Nice! Er hat seinen alten Arm verloren. Opfer. Ich will hier gleich mal leben. Das war der so. Oh! Alter, was. Epic. Und den habe ich jetzt einfach fallen lassen, mein Konto. Oh, no. Oh, that's gotta hurt! Und ich muss die jetzt abschießen. Damit er explodiert. Ja. Oder mach es selber. Hast du dich jetzt rangezogen? Was? Was macht er? Was macht er? Ja, moin. Bin hängengeblieben. Oh, fliegenklatsche. Oh, fliegenklatsche. Oh, was? Digger, dieses Psychopathenviech. Ja, mach mal, ne? Geh weg von mir! Hey, nein, jetzt muss ich nageln. Oh, ja. Nee, 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 Hammer. Ach, mach mal. Du musstest aber auch. Oh, denke ich, ich komme nur zweimal. Das ist scheiße. Das war ja epic. Epic jetzt. Ich suche was am Boden hier, guck. Wo wir ausweichen. Oh. Ich hab'n Pfennig verloren. Pfennig. Der Sekt, der eigentlich wird so scheiß Formlats haben. Ja, der macht uns... Der macht einen Schwan. Der macht einen Schwan, ja, ja. Guck mal, das sind seine beiden Augen. Ja, schade. Hätte ja sein können, ne? Oh, was ist denn das jetzt hier? Das ist One-Shot. Ja. Och, nee. Das ist jetzt gemein. Oh. Zack. Zack. Komm schon. Na, Digga, ich darf echt nur zwei werfen. Ist das cringe. Also mit fünf Schuss Nettchen gekillt. Ich darf immer nur zwei werfen. Alter. Mach mal, ne? Schleppend. Ja. Alter, im Maul. Schade. Geh. Nimm das, du Schwanz! Oh, no. Ne, der Hammer noch. Du hast auch keine Nägel mehr. Boah, meinst du, wir haben immer andere Tools? Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin bereit. Ich bin so gut über das. Oh, mein Gott. Oh, meinst du ein bisschen pervers. Oh, okay. Oh, du hast uns von dieser Rust- und Toolbox geholfen. Danke, Mei. Du bist ein wahrer Hörer. Okay. Danke, Hammer. Hey, was für mich? Ich habe nicht einfach so viel gemacht jetzt, ne? Hast du die Explosion gesehen? Wir müssen noch immer nach Rose kommen. Oh, natürlich, natürlich. Sebastian, kannst du ihnen helfen? Sie müssen auf den anderen Seite kommen. Die Säge. So, Sebastian. Flexibel. Flexibel. Wir launchen uns jetzt irgendwen. Weiß ich jetzt nicht. Oh. 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 Fahrrad. Oh, nein. Rose, warte. Wir brauchen deine Hilfe. Es sind wir, Mama und Dad. Oh, das ist Effenwechser. Oh, du warte. 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 Jetzt sind wir hier. Stuck, Miss. Er ist ein menschliches Konstant. Wenn du schaust, bist du mit mir? Dieses Buh fuckt mich ab. Warum ist sie überhaupt Spanisch? Ich liebe Spanisch. Schau. Ich bin auch die Schlaue in der Beziehung. Was soll ich sagen? Ich bin der Lustige dafür. Ich habe wenigstens Spaß im Leben. Ja, ich auch. Vielleicht. Ich bin der Lustige. Ja, geil. Was ist denn da? Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Dash. Alter. Ich mache einen auf Ratchet & Clank, Junge. Dash. Crazy. Musik? Ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Scheiße. Okay. Check out my moves, babe. Ja, sehr cool, aber einfach nicht falle auf. Oh, keine Worte. Ich bin der. Wuhu. Wuhu. Ich hole dich ein. Jetzt kommen gleich so Electric Wires. Oh, komplett. Oh, ich habe schon gar nicht erwartet. Jetzt kommen gleich so Electric Wires. Der kommt so ein Blitz um die Ecke. Ich habe einen Knopf angedrückt. Warte. Oh. Nein, noch nicht. Ich habe einen Knopf angedrückt. Aua. Wirst du denn da oben mit euch nochmal am drücken? Okay, Klamis. Ach du Kacke. Wir müssen gleichzeitig. Nein, Lava. Aber wir kommen uns gleichzeitig an, oder? Nein, Lava. Wir müssen bei den Knopf drücken. Aber, muss ich lang? Hä? 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 Ich bin bei der zweiten. Ja, da oben. Ja. Ich kann euch das Kabel. Hä? Aber du da warst. Geh hin. Wie soll ich denn da hoch? Hä? Ich slide jetzt. Ach so, hier. Ja. Oh, das sieht gut aus. Ja. 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 Ich bin ein bisschen zu früh drauf. Aber, nice. Ja, das ist glänlich mit uns. Das ist ein Game. Hey, wird er dasselbe Problem, ne? Ne? Ach du hast auch gedruckt? Nice. Ehrlich. Ich sterbe. Der ist mal ein bisschen, das ist ein bisschen schneller. Ah, okay. Dann wollen wir noch einen gleichen jetzt. Tja. Was haben wir eigentlich für ein Haus? Was passiert hier? Wo bin ich? Lebst du noch? Ja. Hä? Ich kann nicht mehr springen. Warum kann ich nicht mehr springen? Hallo? Hä? Du musst R1 drücken. Oh. Hoffen das die ganze Zeit schon? Zum Switchen. Steht er die ganze Zeit und es... Hi. Hä? Vielleicht auf drei. Eins, zwei, drei. Ne, schade. Hä? Hä? Aber... Doch. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ich bin einfach nur unten. Hä? Was? Hä? Wir haben das? Es gibt Ground Powder? Ach, wir sind da unten. Okay. So lebt eigentlich alles. Oh, ja. Ich weiß, wir sehen wie dollen, aber wir sind eigentlich ihre Eltern. Ich weiß, wer du bist. Nichts erscheint meine Lens. Ja. Oh, ich sehe tot. Bin ich tot? Du bist nicht tot! Was ist passiert? Oh nein! Was ist denn los mit uns? Oh, ich sehe tot. Bin ich tot? Ich bin tot. Du bist nicht tot. Was ist passiert? Oh nein. Das Stativ. Es gab eine ungewöhnliche Sache. Warum? Was hat passiert? Sie war kreiert. Ich weiß, ich bin ungewöhnlich. Ich bin 100% sicher, weil ich konnte sie sehen, dass sie ihre Teile fallen unter der Toilette. Die Teile sind weg. Ich glaube, sie hat uns verhext. So wie mich. Ich weiß, was passiert. Es ist ein Spell! Du musst dich beschreiben als Cody. Du sprichst die Logik. Wir haben eine Gespräche mit einem Paar von Binokularen. Es gibt keine Logik. Ich glaube, ich glaube nicht in Spellen. Du glaubst, dass du in eine Wälder geworden bist? Du bist echt der Bessere. Ich bin ja voll nervig. Mein Gehirn funktioniert nicht so krass. Ich habe einfache Gedanken. Ja, das stimmt. Ich bin halt Ingenieur. Wie soll ich sagen? Was bin ich eigentlich? Arbeitlos? Ja, ich habe das. Ich und Rose haben alles über dieses Spellsteil. Ich bin ein virtuelles Wizard. Okay? Sag mal, hab ich die Zeit mit meinem Kind verbracht? Ja. Was mache ich jetzt? Okay. Okay. Also, wenn die Spelle sich durch ihre Tränen verwendet wurde, dann in order to break it... We have to make her cry. Haha. In order to break it, müssen wir sie umbringen. Reverse it through her Tränen! Boom! Das ist doch, Digga. Wir müssen sie umweinen bringen. Das ist ja voll assi! Wir müssen sie eigentlich finden und sie wieder kreieren. Wirklich? Mhm. Okay. 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 Uh, du weißt, wo wir sie finden, Frau Binoculars? Sie ist in ihrem Zimmer. Achso. Geraten oder gesehen? Okay. Danke. Komm her. Oh, aber wie kommen wir sie in ihrem Zimmer von hier? Easy! Wir haben einfach den Tränen geflogen! Ja! Ah! Hier! Und das hört ihr nicht? Vielleicht ist sie taub. Wir haben doch mit ihr geredet, voll!